Salz, Stalling, Erdmüsse, jedes Mal das Gleiche. Da muss es doch was anderes geben. Ich hab die Lösung. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin der Sebastian. Ich bin die Amanda und danach Nielpferd-Comedy. Naja, heute machen wir weniger Nielpferd-Comedy. Heute geht es eigentlich viel mehr ums Fußballspiel, beziehungsweise um Fußball. Da hätten wir hier total lustige kleine Fußbälle. Ja, das sind Käsebällchen. Käsebällchen in Fußballform, hier auf einem Spielfeld, auf einem Fußballrasen. Ja. Wie macht man sowas? Wie man das macht, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt müsst ihr arbeiten. Ich darf jetzt arbeiten? Ja, auf in die Küche, zack, zack. Wir brauchen Frischkäse und geriebenen Parmesan, sowie Salz und Pfeffer. Diese Sachen werden in einer kleinen Schüssel gut miteinander verrührt. Als nächstes mit angefeuchteten und hoffentlich gewaschenen Händen kleine Kugeln formen. Dann schwarze Oliven in kleine Stücke schneiden. Diese werden dann in die Frischkäsekugeln gedrückt, sodass es ausschaut wie Fußbälle. Aus Schnittlauch noch einen Rasen schneiden und fertig. Oli, Oli, das Runde muss ins Heckige. Na, in dem Fall muss das Runde wohl eher in den Mund, ja? Ja. Ja, wir hoffen, wir konnten euch hier ein paar schöne Tipps geben. Ja, das sind meine Hippel-Hippo-Happen. Ja, oder auch WM-Snacks einfach genannt. Teilt doch einfach dieses Video, kommentiert es. Ja, drunter schreiben. Drunter schreiben oder auch auf Facebook findet ihr uns, ja? Wir freuen uns, wenn wir uns da dann wiedersehen. Amanda, du hast für die WM noch einiges vorbereitet. Ja. Schaut also auch immer wieder mal hier in den Kanal vorbei. Euch einen schönen WM-Abend, einen tollen Fußballabend.